Guten Abend. Es gibt Orte, da sind die Auswirkungen des Klimawandels heute schon sichtbar. Keine theoretischen Szenarien in ferner Zukunft, sondern buchstäblich greifbar. Einer dieser Orte ist Grönland. Das gigantische dänische Territorium ist ziemlich dünn besiedelt, denn der größte Teil der Landfläche ist eisbedeckt. Ein natürlicher Kühlschrank für das Weltklima, das es am Sonntag ja auch beim Klimagipfel in Glasgow gehen wird. Denn auch das vermeintlich ewige Eis Grönlands ist offenbar sehr vergänglich. Es schmilzt, wie Christian Blenker berichtet. Grönlands Eisschild. Majestätisch schön und Millionen Jahre alt. Ein einzigartiger Anblick, der viele in den Bad zieht. Auch Kjeldwitter. Der Däner organisiert seit elf Jahren Touren zum Russell-Kletscher. Sogar dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore hat er schon diese Gegend gezeigt. Mittlerweile kommen auch wieder mehr Touristen. Sie kommen, um die Natur zu erleben, aber natürlich auch, um die Veränderungen zu sehen, die der Klimawandel auslöst. Dies ist einer der Orte, wo wir deutlich sehen können, wie viel Eis bereits verschwunden ist. Einmal auf dem Inland-Eis stehen. Vielen Touristen ist das ein Foto wert. Kjeld sieht mit Sorge, wie schnell die Gletscher verschwinden. Ich mache mir natürlich Sorgen, denn in 20 Jahren wird es hier, wo wir stehen, kein Eis mehr geben, wenn es so weiter geht. Es ist circa 40 Meter dick unter uns und es geht ziemlich schnell. Die Kühlkammer der Welt schrumpft. Dort, wo nur noch grauer Kies und Geröll liegen, war vor zehn Jahren noch eine dicke, weiße Gletscherschicht. Geht sie zurück, kann sie weniger Sonnenlicht reflektieren. Auch deshalb erwärmt sich die Arktis schon jetzt schneller als der Rest der Welt. Im Sommer wurden hier 23,4 Grad Celsius gemessen. Ein Rekord mit Folgen. Forscher warnen vor einem dramatischen Anstieg des Meeresspiegels. Der Klimawandel macht aber auch den Weg zu Rohstoffen frei. In der Region werden reiche Öl- und Gasvorkommen vermutet, im Süden Erze und selten Erden. Ex-US-Präsident Trump wollte vor zwei Jahren deshalb gleich die ganze Insel kaufen. In der Hauptstadt Nu kam das nicht gut an. Die zuständige Ministerin hat die Suche nach Öl und Gas jetzt gleich ganz untersagt. Das Worst-Case-Szenario wäre eine Katastrophe für uns. Wenn Öl und Gas unkontrolliert austreten, würde das die sehr empfindliche arktische Umwelt zerstören. Aber auch unsere Fischerei wäre in Gefahr, die uns sehr am Herzen liegt. Schon jetzt sind die Auswirkungen des Klimawandels in Grönland deutlich spürbar. Auch deshalb verzichten sie lieber auf viele Milliarden durch Öl und Gas. Schaut aus den Fenstern in Grönland, da seht ihr es. Deshalb muss der Klimawandel gestoppt werden. Dann können wir unsere Kräfte weltweit bündeln und eine Lösung finden. Nicht in zehn Jahren. Jetzt. Die Zeit ist reif. Für Kjeld Winter die richtige Entscheidung. Schon jetzt fürchtet der Guide, dass er immer weiter ins Landesinnere fahren muss, um die Gletscher zu zeigen. Wir müssen jetzt alles tun, was wir können. Alternative Energiequellen nutzen. Das ist das Einzige, was wir machen können, um diese Natur zu beschützen. Oder in die Wörfer hier von der Natur. Was einmal weg ist, kommt nicht mehr wieder. Nicht nur für die Menschen hier und die Zukunft Grönlands hat der Rückzug des Eises massiv befolgt. Sondern auch für die Zukunft des Planeten. 1,5 Grad Celsius. Weiter sollte die Erderwärmung nicht ansteigen dürfen. Das war das ehrgeizige Ziel, auf das sich die Klimakonferenz in Paris 2015 einigte. Doch der Weg dahin, der war dann noch lange nicht fertig skizziert. Dazu beginnt übermorgen, also nun im schottischen Glasgow, die Klimakonferenz, die Regeln dafür vervollständigen sollen. Aus 190 Ländern reisen die Delegierten dazu an, natürlich auch aus Deutschland. Aber wo stehen wir selbst eigentlich derzeit in Sachen Klimaschutz? Der Kohleausstieg, der ist zwar beschlossen, aber der kommt Klimaschutz dann viel zu spät. Viele Industriezweige sind noch zu abhängig vom günstigen Kohlestrom. Etwa die Stahlindustrie. Aber auch dort sind Ziele und die Wege dorthin schon im Wieser. Inge Bertram und René Buchen. Ein Autogramm von Frank Schätzing, der Schwarm. Ich habe es nicht gelesen. Was ist daran besonders, dass es die Gli-Aufnahme ist, wie er gezeigt wird, genauso wie Julia Schaar. Dass das Buch auf dem Tisch lag, wie beim Dr. Schwarz, auf dem Tisch, wie bei Simpliwet. Und wie das Buch vom Aquarium. Der Schwarm bekannt wurde. Ein Thriller, in dem die Menschheit durch intelligente Meereslebewesen bedroht wird. Der Planet und seine Probleme, das bleibt in weiteren Büchern sein Thema. Das Neueste heißt, was, wenn wir einfach die Welt retten und ist auch ein Thriller. Und zwar einer, in dem wir alle mittendrin leben, so Schätzing. Und so schreibt er über die Folgen der Erderwärmung, über Kohle- und Ölkonzerne, über das Fleischessen, über unsere Kleidung und lässt die große Politik nicht dabei aus. Aber Schätzing glaubt auch, wir können das noch schaffen mit dem Welt retten. Darüber habe ich mit Ihnen vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Schätzing. Guten Abend, Herr Zamparoni. Woher kommt Ihr Optimismus, dass das doch noch klappen könnte mit dem Welt retten? Naja, das sind zum einen natürlich kölnische Gene. Man darf ja Optimismus nachgrenzenlosen. Aber ich blicke vorsichtig optimistisch auf die vielen Green Deals, die es gibt. Wir haben natürlich jetzt beiden im Weißen Haus. Wir haben aber vor allen Dingen auch Unternehmen wie BlackRock oder JP Morgan, die dann wirklich jeglicher Ökoromantik unverdächtig sind und trotzdem sagen, Klimarisiken sind Volkswirtschaftsrisiken. Und wenn es dessen bedarf, aber es scheint so, dass die Leute an welchen aufwachen. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, let's do it and have fun, also loslegen und dabei auch Spaß machen. Aber es geht ja bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz ja auch erstmal auch um viel Verzicht. Weniger Autofahren, weniger Flugreisen, weniger Schnitzel. Und das soll Spaß machen? Naja, Verzicht ist immer so attraktiv wie das, was man dafür bekommt. Und Idealiter ist Klimaschutz die Kunst des besseren Angebots. Fakt ist, wir sind in einer großen globalen Transformation. Naja, vor allen Dingen ist das Studium von Julia Aschamp gewesen. Fakt ist, wir sind in einer großen großen Bremsen gestoßen, die sich zerstörerisch auswirken hin zu besseren, nachhaltigen. Und das bedeutet, wenn wir klug investieren, mehr Arbeit in neuen Branchen und Märkten als in alten Verloren gehen, bessere Ernährung, bessere Kleidung, bessere Mobilität für mehr Menschen auf der Welt bei geringerer Schädigung der Umwelt. Aber vor allen Dingen, das, was man aufgibt, bekommt man in etwas unglaublich wertvollem Verzinst, nämlich in einer Zukunft. Und wenn wir in Alten kleben bleiben, dann haben wir keine. Dann liegt das dann auch ein bisschen an der Politik. Vielleicht zu sehr auf Verbote, auf was alles Schlimmes passieren kann. Brein. Da wurde immer der Kopf nur halber gezeigt. Es liegt meine, dass er ab und zu einer Scheindebatte, wenn ich mir die politischen Diskussionen und so anhöre, dann kann ich diese großen Verbote daran gar nicht erkennen. Also im Grunde, wenn Sie die Leute mal fragen, dann landen Sie immer wieder bei der Bratwohnung. Also ich finde, was wir am Papier verbrauchen, jede Woche, schon allein die Wochenzeitschrift. Das sind Wärtsprüsse, die ganzen Plakate. Das sind Wärtsprüsse, sie mitzubrauchen. Oder wenn man das weiterhin tätert, dass es dann subizidal wäre. Ja, Wurfblätter. Und insofern glaube ich, dass wir ein gewisses Maß an staatliche Reglementierung brauchen, aber natürlich auch freie Berakte, damit sich unser innovatives Potenzial, übrigens unsere größte erneuerbare Ressource voll entfalten kann. Welche Erwartung knüpfen Sie dann also an den bevorstehenden Klimagipfel in Glasgow? G20. Na ja, der ist eigentlich zum Erfolg verdammt. Aber wir haben keine Option mehr, als die gute Wende hinzukriegen. Aber bestimmt auch bei dem Gericht. Der Gehtgipfel. Und auch bei diesem Jahr 2015, das wurde als historisch gepriesen und ist dann doch mit respektive eher ein Festival der Lippenbekenntnisse gewesen. Denn seitdem sind die Emissionen gestiegen. Vergangenes Jahr 2020 waren sie so hoch wie nie. Und das ist doch ein bisschen klein gestiegen. Es geht jetzt darum, dass die Länder nach innen und außen konsequent, effizient und schnell Klimapolitik treiben und den bilateralen und bilateralen Gesprächen abkommen treffen. Mit Odekon. Und dabei geht es immer um diese ominöse 1,5 Grad-Ziele. Das halten aber manche schon für kaum mehr zu schaffen. Realistisch erscheint da eine 2 oder gar 3 Grad Erwärmung. Müsst du uns also nicht nur auf den Emissionsdruck, auf die Vermeidung davon konzentrieren, sondern auch noch viel mehr auf die Überlebensstrategien unter solchen Umständen? Ja, auf beides. Ich meine, es wird ja zum guten Sprotzgast, dass man die Latte so hoch hängt, wie es irgendwie geht. Das sind die 1,5 Grad. Oder Facebook. Da gibt es auch noch eine kleine Chance, das zu schaffen. Aber das 2-Grad-Ziel, das ja die äußerste Wärmschmack dessen darstellt, was wir uns leisten können, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist ja darum, dass, wenn wir über 2 Grad kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viele ökologische Gipfepunkte in schneller Zeit überschritten werden, dann schmerzen die Gletscher, unwiederbringlich verschwindet der Regen. Tom Cruise habe ich auch bloß durchzappt, am Rücken erkannt. Weecher, man. Fake. Damit das nicht der Fall ist, hat der Weltklimerat diese Zahlen genannt und hat ein Emissionsbudget verabschiedet, das heißt, das, was die Welt und andere nicht die Länder noch ausstoßen durfte. Das Buch habe ich aber gelesen, der Scientologen. Es bezeichnen die die Kinder als sächlich. Ja. Versorgungsflücken, dann müssen wir Strom importieren, im Zweifel schmutzigen, das wäre dann sowohl klimapolitisch wie auch volkswirtschaftlich ein Desaster. Darum müssen wir, und das gilt für alle in der Welt, dieses Ziel erreichen. Die Nachrichten laufen bereits 17 Minuten, 18 Minuten. Das klingt so, ich bin glaube, das sind auch nach extrem hohen Kosten, die da hier auf die Menschen zukommt. Und das andere sind ja alles so Szenarien in der Zukunft und die haben jetzt Probleme, für das zu finanzieren. In der Tat. Also erstmal muss man feststellen, Wer im freien Fall auf den Erdboden zurast, der sollte nicht über Kosten für den Fallschirm debattieren. Wir haben keine Wahl, wir müssen dieses Geld ausgeben. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht. Das erste, was man zu tun müsste, wäre eine Rücklage zu bilden. Dazu bedarf es einiger hundert Milliarden Euro, aus der in den nächsten zehn Jahren die gute Wände, die arbeitige Wände finanziert werden kann, und zwar, dass sie wirklich gelingt und zu einem wirtschaftlichen Erfolg wird. Und das ginge, denn de facto tritt die Schuldenbremse ja erst seit 2023 wieder in Kraft. 2022 wäre eine gute Gelegenheit, praktisch zinslos dieses Geld aufzunehmen und dieses Geld brauchen wir. Des Weiteren müssen wir aufhören, Klimaschutz als ein Loch auf den Boden zu sehen, in das man Geld wirft, sondern als Investitionsmodell mit hohen Renditechancen, denn hier geht es ja um neue Märkte und um Zukunftstechnologien. Und wer darin als erster gut performt, der macht auch das Rennen. Und wir haben sehr viel Privatkapital, wir haben sehr viel Unternehmenskapital, das in diese Investitionen fließen könnte. Das heißt, der Staat sollte Klimafonds auflegen, in denen sowohl staatliches Kapital als auch Firmenkapital und Privatkapital zusammenkommt. Dann hätten wir sehr viel Geld. Und wenn wir, was dringend erforderlich ist, vor 2030 aus der Kohle aussteigen, dann würde das ja auch ein sofortiges Ende der fossilen Subventionen bedeuten. Die belaufen jetzt jährlich in Deutschland alleine auf rund 37 Milliarden Euro. Wenn wir uns so vorstellen, was man mit diesem Jahr alles Gutes tun könnte, dann hätte man schon viel erreicht, ohne dass das Wort Fiskus ein einziges Mal befallen wäre. Herr Schätzing, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war der Herr Wittig, der Erbisch ist immer der Dumme. Das waren Ruhne Zahnbäsche. Und das war seinlich zuversichtlich. Und so sehe ich heute aus. Beim Blick auf die Statistik der Infektionen begegnen uns Zahlen, die wir vorhin gar nicht allzu langer Zeit bundesweit zu neuen Beschränkungen geführt hätten. So, und kommen Sie zu uns, meldet er heute 24.680.